Dafür brauche ich einen Pilz. Äh, Samana, äh, Special Size, Samana, äh, äh, Ähm, ja, das ist nur die Erklärung, was, welche Pflanzen brauchen verschiedenen Untergrund. So. Äh, so, also Pilzsporen, brauchen Misyllium, ähm, das, ja, kann man machen, indem man feste Sporen auf Erde benutzt. Schön. Ähm, dafür brauche ich aber einen Pilz. Entweder einen Pilz oder eine Schere. Ähm, Schere aus Eisenführer. Ja. Ich brauche wohl, Habe ich denn zufällig... Ich hab Darkwood, ne? Darkwood. Äh, Darkwood. Äh, Darkwood. Ja, 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 okay, vergessen wir's. Vergessen wir das Ganze? Gut. Ähm, ich kann mal wohl marken. Ach Gott, das ist alles doof. Okay. Okay. Dann machen wir die Quest halt später. Sag mal, gibt man mit Fast Leaf Decay weniger Blätter, oder, äh, weniger Setzlinge, oder wie sieht das aus? Ah, was ein Glück, hab ich das 2 bekommen. Da einen. Ah, Gott, Gott, Gott. So. Ähm, Daybloom. Fehlt die schon. Nach alle Felder voll, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Das ist echt schon weg. Uuuuuh. Wenn ich echt verbrauchen, ist das doof. Ich meine, ich hab alle Felder belegt gehabt. Mal gucken. Mal abwarten. So. Ähm, Darkwood. Nein. Knicken wir erst mal. So, ich brauche das erstmal wachsen. Dann machen wir vielleicht mal, hier gucken. Ähm, guck mal, hier haben wir noch ein Ronig-Altar. Lass mal gucken. Ronig-Altar. Okay, eine Mana-Perle oder ein Mana-Diamanten. Ja, hm, ja, ich glaube, ich werde wohl in der Perle benutzen. Das ist quasi die Mana-Perle. hier. Haben wir dann schon genug Mana? Ja, wohl. Vielen Dank. Und dann, hier, so, so, und so. Zack. Perfekt. Perfecto. Ronig-Altar. Alter. So. Guck mal, zwei Mana-Perlen wieder zurück. Schön. So, was ist das? Zwölf Clay. Und, das, Clay-Konia. Ähm, Clay-Konia. Quee-Klee-Vegan. Ähm, also, die Blumen ist ein besserer Weg, um Leben zu kriegen. Ähm, ich brauche hier 10, hellgraue. Und, 12, Clay. Also, die 12, Clay. Ach, Konsum. Ja, danke. Auch noch das. Hat den Arsch offen. Konsum auch noch. Ja, natürlich. Ich muss schlafen, Mensch. Es ist schon Nacht. Lass mich schlafen. Äh, jetzt aber. Oh Mann. So. Ich muss eine neue Playlist machen, glaube ich. Ist auch wieder stundenlange Arbeit. so. Ähm. Bin jetzt stehen geblieben hier. Du kannst mal da rein. Äh, da, die Äpfel will ich wegpacken. Mannapärchen. Mannapärchen. Äh, ich brauche mehr Kisten auf jeden Fall. Ähm. Mannapärchen. Mannapärchen. Was wollte ich gerade machen? Ach so. Zehn. Zehn. Zehn Stück. Zehn Light Quay. Hier habe ich sieben. Okay. Ähm. Wenn ich jetzt mal die Dings leer räume. Guck mal hier. Ne. Wollen wir nicht. So. So. Ich brauche hier noch eine Kiste. Da sind wir hier dann mal Essen drin. Dann, ich packe hier mal. So pflanzliches Fleisch rein, oder? Pflanzliches natürlich. Ach egal. Ich hatte manchmal alles rein. Weil das wir gerade nicht brauchen. Das Buch brauchen wir schon. Das ist mal weg. So. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal das da. Das Horn funktioniert weiß ich nicht. Probieren wir einfach mal aus. Ja, tut es. Zack. Zack. Oh, jetzt ein Magnetring. Oh, herrlich. Äh. Gut, ich habe keinen. Noch nicht. So. Noch habe ich keinen. Oh, es kribbelt meine Nase. Furchtbar. Oh, ich kribbel. Ne. Oh. Ähm. Das Ding ist so eine riesen Reichweite. Echt jetzt? Alter Schwede. Ähm. Sollte ich vielleicht von hier aus machen. Ah. Auf jeden Fall kann man prima ernten, ne? sick. Zack, 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 zack. So. So. ich weiß nicht so groß von dem ding so habe ich denn jetzt zwei ja die reichwahl ist zu groß ich muss doch bei hand machen oder die erdfläche muss war anders dahin ich krieg ja kaum die farben die ich brauche ein bisschen veräppelt wird man das schon haben wir dann jetzt zehn ok könnte es benutzen aber da habe ich ja gar keine mehr so wieder doof vielleicht mal gleich mal ein kurzes fäuschen machen was ist der punkt mag knurrt schon das ist eine aufnahme zu hören ist bei dem mikro das nicht wundern dass das hört naja das nimmt doch jeden kurs auf das ist furchtbar so gut nach bedarf warte mal das müssen wir den konsumtaske machen so weg weg habe ich will noch weg 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 schön so an habe ich hab da 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 Clayconia, ja die Bommelz ist noch nicht, so, ähm, hier, was machen wir hier, Naturseeds, ähm, number of useful plants, äh, bla bla, äh, bla bla, äh, bla bla, äh, bla 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 natur sieht es hier sind sie ja okay da brauchen wir zucker zuckerrohr muss ich ja hinten haben damit die damit ja genau und 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 natürlich die hier und dann muss ich echt auf kameras tun ich wachsen recht schnell vermehrt man sich auch das gefällt mir das gefällt mir gut okay dann muss ich auf jeden fall ein schönes feld machen okay das klima irgendwie hin so die hier mit was doch perfekt hier zwar gar nicht erwachsen immer mal die schaufel umkram und groß kann ich vielleicht kann ich gleich knochenmehl benutzen ich habe doch ein bisschen über da noch mal ich brauche auch noch auch noch hier kann ich dich hier gerade ja wohl so jetzt kreuz bitte so okay vielleicht echt ich überlege ich überlege ein feld die seine man sich den feld die sein überlegen ich denke ich werde jetzt gleich was essen machen wenn ich auf kamera werde ich dann wohl steine farben oder steine farben das muss ja leider sein ich muss da war mal ein bisschen was vorbereitet ich habe mal zwei setzlinge bekommen ich habe jetzt erst mal gerade ein wachstumsfeld hier habe ich noch ein bisschen was davon über aber noch kriegt ich kann erde da so 13 stück weil während ich jetzt hier dingens bummens mache auf kamera arbeiten kann das höhen ausbreiten nachdem kann man schon mal nehmen die pack ich jetzt mal da rein ich will dann nämlich jetzt mal schön schlafen gehen schlafen gehen ach man geht ja alles nur an der lokalen dann mal zum mal so ver.se